Die Jagdflugzeuge Die Jagd 9 und dann komischerweise erst die Jagd 3 Und aus dieser Jagd 3 entstand die Jakovlev Jagd 11 In La Fertéallée Amical-Cherbertis-Salis Circa 50 km südlich von Paris gelegen Ja, während sich Herbie alle mal mit seiner Jagd-Helfter nochmal einen 6G-Kreis gibt Für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren Auch die Informationen, die ganzen Merchandising-Stände Wie zum Beispiel Modellbau oder Fliegerschmuck Fliegeruhr, CDs, DVDs, Film-DVDs Unter anderem von vielen Jahren Oldtimer-Festival auf der Hahnweide Die sind verbannt worden Aufgrund der Tatsache, dass wir hier vorne im Zuschauerbereich Immer mehr Platz brauchen Ja, man hat sie aber nichtsdestotrotz mit im Boot Die Aussteller Die befinden sich, wenn sie Interesse haben Sich mit Geschenken, mit kleinen Mitbringseln einzudecken Oder vielleicht mit so ein bisschen Vorsorge zu treffen Für langweilige Winterabende Mit dem einen oder anderen Modellbausatz zu versorgen Auf der Rückseite der Hallen Dort in etwa Jetzt in die Leerlaufleistung zurückgestellt Einparken In die Position, direkt vor Ihren Augen Und dann dürft es jeden Moment weitergehen Mit den Startversuchen des Bucket Merlin Mit knapp 1700 mit den nächsten, allein der Stift und hier dritten, bis noch eine halbe Take butcher Dixie Joachim Dixie Untertitelung des ZDF, 2020